Das Ding ist direkt schwanger, oder was? Ey, wollt ihr mal hören, wie sich mein... Ein Waffendesign! Wollt ihr mal hören, wie sich mein Zimmer eigener Flughafen anhört? Ah, die Playstation, sagst du? What the fuck? Zuge! Airbus 380, oder was? Alter, Junge! Was ist denn weg? Und der 3, Flug nach Berlin! Alter! Ja! Und der 3, Flug nach Berlin! Und der 1, 2, 3! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Hör mal auf, Alter! Ich muss gleich den Ventilator einschalten, Alter! Mir ist schon wieder heiß! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Loll! Das passiert doch bei mir nichts! Junge, wie laut ist das bitte? Tch, okay! Airbus 380, oder was, Alter! Junge! Du Hurensohn! Ich muss gleich den Ventilator einschalten! Ich muss gleich den Ventilator einschalten! Und der 3, Flug nach Berlin! Du Hurensohn! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist wieder so das neue Video. Das ist so scheiße, Alter. Nico, bist du schon wieder raus geflogen? Ja, in der Straße, Junge. Durch wie wir dann alle angefangen haben. Einen auf denen wir sind Co-Pilot, Alter, und erzählen hier alles. Nein, du bist der Typ im Tower. Kennst du nicht? Du verstehst kein Wort, was die sagen, aber die sagen alles durch so. Wir sind auf der Liga und dann stoppen wir Gälen mit einer Anzahl in Gälen vor. Du Hure Sohn. Was ein Mixer, ey. Wohin? Zum Wumms hast du da gerade geschossen. Nein! Nein! Ich hab's nicht hingekriegt. Du bist ja richtig. Ey, Magazin war alle und ich wollte die Messer und er macht es nicht, weil ich auf Black Ops 2, äh, Black Ops 3 Steuerung war. Ich hab den ganzen Kreis gedrückt. Er legt sich hin. Und der Gegner hat mich auch nicht bekommen, ey, Mann. Internet. Da, Nico! Internet Juli 2, Alter. Hin, du. Oh, wo die Bombe ist. Jetzt links, gleich links. Mach einfach Scheiß drauf. Der killt dich doch sonst. Halt's Maul! Auf deinen Nacken. Wir werden so an... Ja! Ja, wow, du musst dir einen Döner alleine ausgeben. Hey, wie soll denn? Ah, Finn! Oh, ich dachte, das war Nico. Wir werden gleich mit mir. Na dann. Ja, 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 ja. Hier fängt nämlich keinen Döner aus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja.